Nur Vorbereitungsspiel, Freundschaftsspiel, aber Lahm, Müller, 1 zu 0, 16. Minute, klasse! Und der zahlreiche Bayern-Anhang, nein, nein, die kommen nicht aus München, das sind die ganzen Chinesen mit den bayerischen Trikots, deswegen sind sie unter anderem auch in China, sie wollen hier riesig verkaufen, die Bayern-Trikots und hier wunderbar, Lahm und mit rechts, Thomas Müller. Nach De Bruyne, Thomas Müller, ja der zweitbeste Scorer in der letzten Bundesliga gemacht, 16 vorbereitet und hier Rodrigo Paul. Und mit der ersten Torchance machen sie den Ausgleich, Rodrigo zum 1 zu 1, vollkommen überraschend in der 27. Minute. Rodrigo, der Brasilianer, mit dem Kopfball vollkommen frei. Und das sind halt die Geschichten, die die Bayern überhaupt nicht wollten. Die Flanke von Rodrigo de Paul und da in der Mitte steht Rodrigo vollkommen allein. Bernat gegen zwei und das sind ja Foulspiel von Müller, so kennen wir ihn, wenn er mit der Entscheidung nicht ganz zufrieden ist. Jetzt verzieht er das Gesicht. So, nochmal Douglas Costa, dann Lahm. Wunderbar, schöner Ball auf Müller, das war klasse. Das war klasse, wieder Lahm Müller, aber was der Lahm da vorne macht, Hut ab. Wir schauen uns das nochmal an, kein Abseits. Müller, mal vorstellen, 2008 hatten die 650 Millionen Schulden Valencia. Costa, gleich geht's weiter, Costa. Und wer ist denn da? Thiago. Costa, Thiago, 3 zu 1. Die Bayern machen ernst, klasse. Dynamisch anzieht und hier noch den Ball reingeht und... Lewandowski. Lewandowski, er kommt, Schopf aus. Das ist der Lewandowski und das ist das 4 zu 1. Klasse. Hab mir gerade gedacht, kommt er irgendwie da vorbei, dass er irgendwie da schießen kann ohne Tackling. Und Pep bestört, schauen wir uns jetzt nochmal an. Der Ball von Thiago. Und dann darf er einfach da nach innen ziehen und abschießen.